Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar ist es Just Chaos 3 Ich lebe gleich weiter Das ist der absolute Wahnsinn So, Explosion verhindert Trotz zahlreicher, aber halbloser Berichte über Menschenrechtsverletzungen hält General Di Ravellos eiserner Griff stand Einige Kritiker wurden angeblich zu Zwangsarbeit verurteilt und bauen jetzt das Geheimnis von der Bavarien ab, während andere einfach verstecken Die Macht des Bavariums sollte niemand nutzen Für dich mache ich das gerne, gern geschehen mein Junge Ich bin ein Firestar, du bist ein Firestarter Prenzelnida Oh, my God. Wir schalten jetzt zu einer Pressekonferenz mit General Di Ravello persönlich. Ich liebe diesen verfickten Haken. Mit dem kann man so viel Scheiße bauen. Meine Truppen vernichten weiterhin alle Zellen dieser sogenannten Revolutionäre. Das ist doch ein Riesenhaufen Scheiße. Glaubst du dem Kerl etwa Rico? Ankunft bei LZ. Vier Minuten. Morgen Sonnenschein. Aufwachen, Rico. Showtime. Sheldon, wo ist das gute Zeug? Oh, Mann, wenn ich das wüsste. Scheiße, vielleicht gibt's überhaupt kein gutes Zeug. Ist das für die Rebellen? Oder ist es für Di Ravello? Ich weiß auch nicht. Ist schwer, den Überblick zu behalten. Seit Panau hat sich also nichts geändert. Oh, da kann man halt nichts machen. Weißt du, Sebastiano Di Ravello sitzt auf einer Tonne Bavarium. Und das macht ihn zum allerbesten Freund der Agency. Das war mal meine Heimat, Sheldon. Tja, dann genieß deine Einkehr, mein Junge. Und, äh, vergiss die 45er nicht. Also, du, äh, triffst dich mit deinem Freund, oder? Mario, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Gut, gut. Noch zwei Klicks zur Landezung. Das hier sieht gut aus. Und jetzt? Was, was hast du denn vor, Junge? Ich würd sagen, was Subtiles. Ja. Und auf geht's. Ja! Wünsch mir Glück. Tja, warum? Das hast du doch noch nie gebraucht. Ah, verdammte Scheiße! Das ist eine verdammte Schießbude da unten. Schieß zurück! Wie, Verbindung unterbrochen. Bullshit. Hä? Lass mich spielen! Ja, melde mich an. Sonst spielst du's jetzt auch gleich, auch kein Problem. Ja, jetzt. Nun mach! Mach! Mach, mach, mach! Gut. Dann schauen wir uns das jetzt noch ein bisschen an. Äh, geht doch. Hey, du wirst nicht ab, Junge. Oh, Luftrakete! Zerstör die Batterie schnell! So, die Batterie hat's erledigt. Weiter, weiter. Oh, shit! Oh, shit! Mach, mach! Da hat's den nächsten erlebt. Weiter. Shit, meine Jungs. Womit es nur noch ein Problem habe, ist, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, denn, wie? Ich hoffe, du lebst noch. Die Stimmen sind manchmal ein bisschen as不錯. Ja, das Problem habe ich noch, aber vielleicht liegt es auch an den Einstellungen, die ich hab an meiner grafikkarte ich hab noch nicht die ja ich werde ihrer Pflicht mit Rico fucking Rodriguez gerechnet Rico fucking Rodriguez so sieht es nämlich aus gut doch nicht Mama Mia das ist ja du kommst genau im richtigen Moment die ravelo soldaten hätte nicht ohne zu zögen erschossen diese nicht schlecht Mario du hast seit dem letzten mal einiges dazugelernt ja du machst das auch nicht schlecht du vergisst immer noch deine Deckung dabei ist die Deckung das allerwichtigste das ist ein absoluter Wahnsinn ich hab dich mit dem Flugzeug gesehen und dann so super super das war einfach unglaublich ich bin froh dass du zurück bist ohne Witz Aktion ähm alter Felter 3 4 hm ja auf mehr kann ich leider momentan nicht mehr aber ich äh globe besser vielleicht mach ich das einfach wieder so wie ich war ich bin auch froh dich zu sehen Mario die Rebellen es sieht übel aus wir müssen dahin hey Mario ich fahre hey Mario ich fahre ja ha 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 oh der wird sich liebe dieses Spiel Mario Mario wo steckst du die Nadeln uns hier fest wir kommen gib Gas Rico du bist jetzt ein Rebell du weißt wie das ist du weißt wie das ist eines führt zum anderen und dann BÄM Mario Frigo kämpft mit einer Schrottflinte gegen die Ravello ich glaube die Untertiere brauchen aber nichts die sprechen ja Deutsch die sprechen ja Deutsch wo auch immer das ist ein Kontrollpunkt fahr weiter Rico ahhh kein Problem nicht schlecht Rico da ist schon ein Wasserfass geflogen seine Miliz hat alle Städte besetzt und die Polizeistationen in Festungen verwandelt ich musste kämpfen du wirst sehen Rico Medici hat sich ziemlich verändert Medici genau alter Falter der kämpft mit einer doppelläufigen eine sehr gute Idee alter oh da sind sie ja 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 das war cool vratre ja 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 Okay. Das war's für heute. Sie haben Dima gefunden. Sie sitzen auf der Farm in der Pfade. Die Vernichtung naht. Die Farm ist umstellt. Werde in Kürze überrannt. Erbitte Unterstützung. Kannst du das regeln, Rico? Du musst sie beschützen. Ich komme nach. Kein Problem, Mario. Der Typ hätte mich da hinfliegen sollen. Der Typ hätte mich da hinfliegen sollen. Die Dame. Guten Morgen, Bürger von Medici. Ich bin, offensichtlich, die neue Stimme des Nachrichtensenders des Generals. Eurer einzigen legalen Nachrichtenquelle. Eine weitere erfolgreiche Diravello-Woche liegt hinter uns. Kleinere Gruppen von aufständischen werden von unseren Truppen schon bald vollständig ausradiert. Viva Medici. So. Das müssen sie an den Minigods. Oh. Musik Oh! Komm her! Ja, ja! Eieieiei! Eieieiei! Haha! Wir haben es geschafft! Klar, oder? Ich meine, ich war es und du hast mir geholfen! Wir sind ein gutes Team, oder? Da ist der Helikopter explodiert! Ja! Erstmal zu sehen! Selfie! Haha! Wow! Ich sehe bombastisch aus! Ah, da bist du ja! Dima! Dima Ali Umar Al-Mazri! Hm... Radius nicht gebrochen! Scarfoid intakt! Ah, das Hacken-Modell ist veraltet! Hm, Antik! Zeit für ein Upgrade! Komm vorbei, wenn du passt! Äh, wenn's dir passt! Man wird sich ja wohl nochmal versprechen dürfen! Dima! Dima! Dima, ich freu mich auch dich zu sehen! Dima ich freu mich auch dich zu sehen! Dann